Herzlich Willkommen zu einem Motorkund von 1000PSTV. Hier sind wir bei der Firma Held und der Marcel aus der Supersport-Haltung. Der wird uns die neuen Produkte 2023 vorstellen und da ist wirklich sehr, sehr viel Leibendes dabei. Und außerdem, Marcel, wird irgendeiner, habe ich gehört, hinten mit dem Auto nachgeschleifen, oder? Da hast du richtig gehört, ja. Da probieren wir was ganz anderes aus. Bleibt's dran! Jawohl! Du, Manu. Servus, Manu. Manu, ich geh auf die Knie, weil ich größten Respekt hab. Du bist ein Freiwilliger, der dann diesen wahnsinnigen Schleiftest macht. Hast du das schon mal gemacht? Nee, noch nee. Wir haben das bei Amalit gesehen, die demonstrieren das immer, lassen sich hinterm Auto herschleifen. Und ja, das Material hält's auf jeden Fall aus, dafür ist es gemacht. Aber jetzt schaust du eigentlich noch entspannt aus. Ich hab dich vorne draußen schon gesehen, ganz entspannt bist du aber nicht. Weil du weißt nicht ganz genau, was auf die Zukunft halt selber gemacht hast. Hast du das noch nie? Nee, das wird jetzt ein Versuch, aber wir vertrauen dem Material. Manu, dann alles Gute und ich danke dir für deinen Einsatz. Das interessiert mich schon, aber es geheißen, du bist ein Freiwilliger, das glaube ich nicht. Du kriegst dann, haben sie dich zwungen, oder? Das ist alles auf freiwilliger Basis. Alles Gute! Ciao! Hallo! Jawohl, da sind wir schon in der Textilabteilung, Marcel, das ist was Neues, gell? Jawohl, das ist die Omberg Top, das ist die Jacke, Base ist die Hose. Das Besondere bei der Jacke ist, gescheite Tourenjacke, wir haben ja Gore-Tex-3-Lagen-Laminat, das heißt man ist immer wasserdicht, man kann die Membrane niemals vergessen, weil das schon mit der Oberfläche im Prinzip zusammen laminiert ist. Und das Besondere bei dieser Jacke ist eben, hat Gore-Tex-3-Lagen-Laminat zu unter 1000 Euro UVP. Wow, das ist aber arg, aber das hat es normalerweise, wenn das Laminat mit der oberen Schicht, wenn das verschweißt ist, ist das ja immer viel teurer gewesen bis jetzt, oder? Ja, das ist ja wahnsinnig aufwendig in der Fertigung, auch Materialkosten, aber auch die Fertigung selber, weil jede einzelne Naht, jeder einzelne Nadelstich sorgt ja dafür, dass es undicht wird, weil es ja die Oberfläche ist, die wasserdicht ist. Muss man also von hinten, von der Rückseite wieder verkleben, sodass es wieder dicht ist, ist ein wahnsinniger Aufwand. Aber es lohnt sich, weil das ist natürlich ein super Komfort, gell? Du, wie gibt es das, wieso seid ihr dann preislich so weit runtergekommen heuer? Ja, also im Vergleich zum Beispiel mit der Atacama, die wir ja bisher schon im Programm haben, haben wir natürlich vom Preis sind wir da knapp 40% drunter. Und das geht natürlich, wir haben jetzt nicht ganz so große Belüftungsreißverschlüsse an den Ärmeln zum Beispiel, das spart natürlich eine Menge Geld. Aber trotzdem, im Sommer wollen wir natürlich die Luft gescheit auf den Körper kriegen, weil sonst verrecken wir das hier bei 30 Grad. Und da haben wir da trotzdem riesengroße Möglichkeiten, da kannst du halt hier alles aufmachen. Packst es weg und dann bläst du die Luft durch ohne Ende, gell? Natürlich die komplette Front auch, hinten natürlich die entsprechenden Entlüftungen, also das passt dann auch bei heißen Temperaturen. Ja, das ist wirklich super. Das verstehe ich, sogar ich verstehe, dass das dann wirklich lauernd durchbläst. Aber, weil du gesagt hast, die Reißverschlüsse, die kosten natürlich ein mörderisches Geld, ist es tatsächlich so, oder was? Wenn so ein langer Reißverschluss und der dann wasserdicht eingenäht wird, das ist ein echter Kostenfaktor. Ja, wirklich enorm. Also diese YKK, Aqua Seal Reißverschlüsse sind das. Das heißt, der Reißverschluss selber ist im Prinzip wasserdicht ausgeführt. Muss er ja, weil das Obermaterial ja schon wasserdicht ist und sonst wird ja Wasser reinlaufen. Und das ist halt eben sehr, sehr, sehr teuer am Einkauf schon für uns. Das macht natürlich schon schnell wirklich viel aus. Du, aber wie gesagt, also ich hätte es immer wirklich befürwortet, dass dieses Laminat, weil ich jetzt nicht der Typ bin, der da verschiedene Laminate irgendwo hinten in der Tasche drinnen hat, das dann anzieht und dann wieder, sondern ich wollte eher so eine wasserdichte Jacke haben, wo das Laminat schon verschweißt ist. Aber das war bisher einfach wirklich eigentlich, unerschwinglich ist jetzt auch vielleicht das falsche Wort, aber in der echt oberen Preisklasse und jetzt mit dem, wie heißt das, Omberg Base. Omberg Base ist die Hose, Top ist die Jacke. Okay, Omberg ist das eine Formel in einer Liga, wo man sagen kann, okay, das kann man in die Hand nehmen. Ganz genau. Und weil ich das nur liess, mir gefällt der Name irrsinnig gut, aber woher kommt der? Omberg? Oh, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe ihm nicht gegeben den Namen. Aber das vielleicht, vielleicht weiß das auch noch von die Seher. Die Seher sind wahnsinnig gebildet. Vielleicht weiß das auch noch, bitte unten hinschreiben, woher kommt der Name Omberg? Jawohl. Du, und ich nehme an, da haben wir natürlich die Protektoren, volle Granate drinnen. Natürlich. Wir haben da D3O-Protektoren drinnen, Level 2 Protektoren natürlich, also für die höchstmögliche Sicherheit. Und diese Protektoren sind aber trotzdem noch sehr geschmeidig. Das heißt, man zieht die Jacke an und die sind nicht störrisch von Anfang an, sondern passen sich ganz gut der Haut an. Also wie man es so kennt von den Protektoren, die halt eben recht gut der Form anpassen. Okay. Du, eine letzte Frage, Marcel. Omberg. Omberg. Da ist es jetzt in Schwarz. Schwarz ist eh der absolute Klassiker. Es gibt ja keine Farbe außer Schwarz. Da gibt es ja viele Leute, die nur auf Schwarz stehen. Ich selber habe es gerne ein bisschen, ein bisschen eine Farbe. Gibt es das Modell in einer Farbe oder gibt es das wirklich nur in Schwarz? Jetzt gerade gibt es das nur in Schwarz. Okay. Mal gucken, was die Zukunft zeigt. Ja, jawohl. Marcel, und ansonsten, ich meine, ihr seid ja dort auf dem Textilsektor wirklich stark, weil es ist ja auch so, dass immer mehr Motorradfahrer die Textilkleidung bevorzugen. Habt sicher noch was Neues, oder? Für 2023. Da gibt es eine ganze Menge, ja. Wir haben jetzt zum Beispiel bei, sagen wir mal, dem Klassiker bei uns, die Carese, Carese Evo. Die gibt es schon auf dem Markt, haben jetzt eine richtig schicke neue Farbe, das halt richtig Adventure-mäßig aussieht, ein schickes Braun. Das ist zum Beispiel jetzt kein Drei-Lagen-Laminat, sondern hier kannst du die Gore-Tex-Membrane komplett entnehmen. Das heißt, man hat die im Endeffekt hier drunter, kann die komplett entnehmen, dann pfeift es natürlich super durch. Das ist wirklich perfekt, wenn man mal oben im Gelände unterwegs ist oder sehr viel, sehr viel, ja, bei vielen verschiedenen Temperaturbereichen reist. Wenn es aber wirklich Sauwetter hat morgens und du weißt, du bist im Hotel oder im Zelt und jetzt wird es den ganzen Tag nur regnen und alles ist ganz schlecht, dann kann man... Dann bleibe ich zu Hause. Ja, im Optimalfall, aber wenn du auf Weltreise bist, ist es blöd. Pausetag. Nee, dann kannst du die Membrane einfach komplett oben drüber tragen und dann bleibt der ganze Dreck alles weg von der Jacke und kann sich auch nichts vorsaugen, das ist schon sehr praktisch. Und wenn du dann auch auf dem Campingplatz bist und du brauchst einfach eine Jacke, einen Windbreaker zum Überwerfen, kannst du dich auch komplett separat tragen, schaut trotzdem noch was aus. Also super praktisch, sehr, sehr vielseitig. Klar, man hat ein bisschen mehr Management, sag ich mal, mit der Jacke zum Raus- und Reintun und so weiter, aber sehr, sehr vielseitig. Marcel, möglicherweise habe ich die Frage letztes Jahr schon gestellt, weil ich glaube, letztes Jahr bin ich draufgekommen, was das heißt, dass man diese Membrane auch außen tragen kann. Das habe ich nicht gewusst, dass man die wirklich über der Jacke drüber trägt und dadurch saugt es ja diese Jacke nicht an. Aber was ich dann jetzt schon gern wissen würde, möglicherweise habe ich es letztes Jahr gefragt und habe es einfach vergessen, wenn ich diese Jacke drüber trage, na wie schnell kann ich da vorne zerreißen, man die nicht? Nein, 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 nein. Die sitzt sehr, sehr, eigentlich relativ eng am Körper an, das geht deswegen. Aber am Körper, die ist ja dann außerhalb von der Jacke. Genau, außerhalb von der Jacke natürlich, aber sie muss nicht so sehr locker sitzen, weil das Besondere bei der Jacke ist, vielleicht zeigen wir sie separat, da ist die Gore-Tex-Stretch-Membrane auch mit verbaut. Sodass sie sich einfach sehr passgenau tragen lässt und dadurch flattert es einfach nicht so viel im Wind, also lässt sie dann sehr komfortabel tragen, das geht ganz gut. Großartig. Marcel, okay. Und den Namen habe ich auch verstanden. Carese Evo. Italienisch, oder? Jawohl. Haben wir sonst noch irgendwas, Marcel, wo du sagst, das ist noch wichtig im Gore-Tex-Bereich, weil mit sitzt natürlich schon wahnsinnig zum Leder, muss ich ganz ehrlich sagen, und hinten beim Urban. Ich meine, was ich da anhabe, ist Urban, oder? Ja, voll. Also das ist auch ein ganz neues Produkt, das wir haben. Die Woodland, das Hemd, gibt es so wie hier, in einer klassischen Holzbäller-Optik, sag ich mal. Gibt es aber auch in schwarz, dann sieht das richtig schick aus, hat nicht mehr so diesen Hemd-Charakter. Also das ist einfach eine Geschmacksfrage. Es ist super, super abriebfestes Amalit-Material, es ist auch stretchig trotzdem. Das heißt, egal, wenn ich stürze, bin ich super geschützt. Ganz genau. Also das ist wirklich schon ernsthaft, also das ist schon wirklich ernsthaft am Abriebsschutz. Du, Marcel, ich freue mich schon wahnsinnig auf diese Urban-Abteilung, aber schauen wir, haben wir noch im Textilbereich was, was wir noch zeigen? Hier haben wir zum Beispiel die Pentland Top, die kommt jetzt auch neu für dieses Jahr. Du hast das mal, Marcel, aber da muss ich natürlich nachfragen. Pentland. Hat nichts mit Penthouse zu tun? Nicht wirklich, nee. Also hier haben wir im Prinzip eine Z-Liner-Jacke, das heißt, die Membrane ist einfach fix verbaut, die ist einfach dauerhaft drin, man kann sie niemals vergessen, die Jacke ist also immer wasserdicht. Jetzt haben wir aber trotzdem, damit die Atmungsaktivität der Membrane ein bisschen gefördert wird, weil die Membrane hat ja die Aufgabe, Wasser fernzuhalten, aber trotzdem von innen wollen wir natürlich Schwitzwasser loswerden, sonst sitzen wir am eigenen Saft, das will ja keiner. Deswegen haben wir richtig schön große Belüftungsöffnungen hier, obwohl es der Z-Liner ist, um einfach die Oberfläche der Membrane aktiv runter zu kühlen und hat schon ein großes Temperaturdelta und die funktioniert einfach besser. Super. Und ist ein bisschen einsteigertauglicher, sage ich mal, vom Preis her. Ich wollte gerade sagen, das wird wahrscheinlich ein bisschen günstiger sein. Ich meine, das Erste, das Umberg, das haben wir gesagt, das kostet 1000 Euro, wie hat das noch bessere geheißen, das kostet 1400, glaube ich, oder? Die Atacama, genau, bei 1400, ja. Und bei der Carese? Carese, genau, die neue M-Braun mit der herausnehmbaren Guretex-Membrane, die ist bei 850. Okay. Und da? Da muss ich spicken. Ja. Aber das ist günstiger als die Carese? Deutlich, ja. Deutlich? Deutlich. Okay. Super. Ja, und die Seher werden wieder wahnsinnig gut informiert sein und werden uns unten hinschreiben, was der Marcel jetzt leider im Moment nicht gewusst hat, was die Pentland Top kostet. Ich tippe einmal, wenn du es gesagt hast, deutlich günstiger 530. 400, so mein Dreh. Wirklich? Wahnsinn. Super. Super. Marcel, und ich meine, jetzt ist es aber doch so, bewegen wir es schon Richtung Leder. Gibt es da nicht irgendeinen ganz wahnsinnigen Test vom neuen Damenleder? Ja, also die, wir haben beim Leder haben wir ja die Slate 2, also unsere berühmte Slate, sag ich mal, haben wir ja ein bisschen upgedatet in der letzten Zeit. Die gab es ja schon auf dem Markt oder gibt es ja schon ganz normal zu kaufen. Und jetzt ganz neu gibt es eben die Slate 2 auch für Frauen. Das heißt, wir haben eine richtig, richtig renntaugliche, gescheite Lederkombi aus dem Rindleder-Känguru-Mix. Mit die Darnschaden drauf, volles Programm, wirklich alles, was man braucht, überall Protektoren und so weiter. Da darf ich dich ganz kurz unterbrechen, Marcel, weil das ist, was uns in der letzten Zeit aufgefallen ist, positiv aufgefallen ist, das finde ich nämlich echt lässig, dass immer mehr Frauen tatsächlich auf die Rennstrecke gehen. Das finde ich super. Das ist mir auch aufgefallen, ja. Es ist immer mehr. Also bei uns im Rennteam haben wir ein paar Ladies mit dabei, also das sind wirklich immer mehr. Ja, und insofern ist es natürlich super, dass es dort jetzt auch für Damen ein richtig leibendes Rennleder gibt. Und für Herren, wie gesagt, hast du gesagt, haben wir das letzte Jahr schon gehabt und jetzt ist es neu für Damen. Ganz genau. Hier haben wir die Ayana. Ja. Und bei der Ayana ist eben, die ist ja schon sehr, sehr beliebt. Die fahren wirklich viele Mädels auf der Rennstrecke, viele werden sie schon kennen. Gibt es ja ein paar verschiedenen Farben. Und die hat ja wirklich einen richtig, richtig tollen Schnitt. Macht eine super Figur, trägt sich angenehm, wirklich eine tolle Lederkombi. Und den Schnitt haben wir natürlich versucht, auf die Slate 2 für die Ladies eben auch mit zu übernehmen. Dass wir weiterhin da sehr gut im Prinzip vor einer Passform bleiben. Aber die Slate 2 hat mehr Stretchzonen. Das liegt einfach daran, dass die nämlich auch airbag-tauglich ist. Das heißt, wir haben eine airbag-taugliche Rennstrecke-Einteilerjacke, äh, Einteilerkombi. Ja. Und dadurch brauchen wir natürlich mehr Stretch-Elemente. Das ist natürlich klar, wenn der Airbag drunter aufgeht, brauchst du natürlich ein bisschen Platz. Du, aber Marcel, du hast ja gesagt, wir werden ja jetzt dann, jetzt sehen wir das tatsächlich, ein Airbag-Test mit einer Dame. Weil das, ich glaube, da ist der Stretch-Anteil ja wirklich wichtig, wenn es den Airbag aufblaust. Und ganz wichtig noch, die Frage, der Airbag ist aber nicht drinnen, sondern den muss ich zusätzlich kaufen. Genau, der Airbag ist separat im Endeffekt, also es ist eine separate Airbag-Weste. Die kann man aber auch, das ist eigentlich ganz praktisch, die hast du dann nicht nur für diese Kombi, sondern kannst du ganz normal auch unter der Textiljacke tragen. Also man hat im Prinzip ein Produkt, was man auch auf der Straße fahren kann, oder auch für die Rennstrecke, oder auch im Gelände. Nicht jetzt für hart, nicht für Supercross oder sowas, aber so ein normales Enduro-Fahren ist auch möglich. Du, Marcel, jetzt glaube ich, es ist schon soweit zum Test, oder? Da bin ich jetzt aber wirklich gespannt. Jawohl. Jetzt haben wir den großen Moment, die Saskia. Ich glaube, sie hat erhöhtes Herzklopfen. Und der Marcel hat die App in der Hand, um den Airbag zu sprengen. Bitte jetzt. Bist du deppert. Saskia, ich meine, das war jetzt ein Wahnsinn. Vielleicht bin ich mehr erschrocken als du. Aber ich meine, man hat ja voll viel gesehen. Auslösen tut ja wahnsinnig gut. Aber da ist dann schon ein ordentliches Volumen. Was mich jetzt interessiert, aufgrund der Bauweise von Damen, druckt es natürlich auf irgendwas drauf. Ist es sehr schmerzhaft? Nein, es ist nicht allzu schmerzhaft. Also es ist natürlich unangenehm, aber es tut jetzt nicht weh. Und auch wenn ich jetzt danach die Kombi ausziehe, dann ist es sofort weg, das Gefühl. Okay. Und ich glaube aber bei Held, bei dem System, da bleibt dieser Airbag einfach, wenn der ausgelöst hat, bleibt er ausgelöst. Da verschwindet die Luft dann nicht. Und da muss man sich halt erleichtern, indem man dann den aufmacht oder den Anzug auszieht. Ja, genau. Also der bleibt jetzt aufgeblasen. Man sieht es ja jetzt auch, der wird nicht kleiner, sondern da muss ich es erst ausziehen. Okay. Aber die wichtigste Information, es ist ein bisschen unangenehm, es drückt alles ein bisschen zusammen, aber es tut nicht weh. Ja, genau. Es ist nicht schmerzhaft, es ist nur unangenehm. Saskia, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dich da geopfert hast. Weltklasse und danke sehr. Ciao, Papa. Das war jetzt wirklich ein Wahnsinn. Ich war eh wahnsinnig top für die Saskia, dass sie sich das getraut hat. Aber ich meine, man hat echt gesehen, da bist du depper, da wird ein ordentliches Volumen aufgeblasen. Und ich glaube, eine Eigenschaft von dem Held, wie heißt das überhaupt, Airbag, von der Held Airbag-Weste, ich sage jetzt, du wirst mir dann gleich den richtigen Begriff sagen, ist, dass es, wenn es einmal ausgelöst hat, nicht wieder zurückgeht, sondern weil man ja verletzt sein könnte, bleibt es einfach aufgeblasen. Kannst du mir das ganz kurz erklären? Jawohl, also das ist die E-West, nennen wir die. E-West. E-West, genau. Gibt es in zwei verschiedenen Versionen. Hier haben wir die universelle mit Reißverschluss. Das, was wir jetzt in der Kombi dritten hatten, war die Clip-In-Variante. Die kannst du nämlich in die Kombi integrieren als Teil der Kombi, hinter das Innenfutter, das auch beim Ein- und Aussteigen nicht stört und nicht verzuckt, die bleibt aufgeblasen. Und zwar ist es deswegen so, dass halt, wenn man sich wirklich übel verletzt hat, dass man einfach schon mal stabilisiert ist. Und das macht die Bergung einfach für die Rettungskräfte einfach besser, weil man halt einfach schon mal den Patienten stabilisiert hat. Und ich glaube, es ist auch so, dass wenn man verletzt ist, dann kann einem nicht weiter jetzt noch mehr passieren, sollte man da irgendwas haben im extrem sensiblen Bereich. Aber diese E-West, wie das heißt, verhält, das kann ich mehr oder weniger, kann ich mir das auch unter Jacken eingeben. Könnte das theoretisch jetzt auch unter Ds eingeben, unter diese wahnsinnig fesche Urbanjacke? Ja klar, kannst du auch da drunter. Also im Endeffekt geht das unter jede Bekleidung, die halt ein bisschen Platz hat. Also man spricht davon so einer guten Faust, die man so im Brustschlüssel beim Bereich hat. Also das geht dann fast immer im Textilbereich. Bei Leder sollte man darauf schauen, also die Leder, also vor allem Kombis, Einteiler, Zweiteiler sollten im Endeffekt schon bei der Produktentwicklung dafür gedacht sein, wie es den Stretch-Zonen, damit man auch das volle Volumen nutzen kann und da nicht Potenzial verschenkt. Ich bin immer noch ein bisschen, bin echt beeindruckt, weil das war wirklich ein mächtiger Stunt. Aber ich muss natürlich noch eine ganz wichtige Frage stellen, was kostet mir so eine Jacke? Jetzt mache ich das wieder. Jawohl. Ja, es ist ein bisschen zweigeteilt. Also mal das eine ist unser Produkt selber, die E-West, die wir herstellen. Nein, das ist, die kostet 3,79,95 von uns. Dazu gibt es aber noch separat die ganze Technik, die beziehen wir von In-N-Motion, das ist also eine Kooperation mit der Firma In-N-Motion aus Frankreich. Und die entwickeln im Endeffekt den gesamten Algorithmus dahinter, die ganzen, also im Endeffekt die gesamte Box, wo das Ganze, das Gehirn der ganzen Sache, sagen wir es mal so, und auch den Airbag-Schlauch selber, weil da den eigenen Brei zu kochen, die haben Ingenieure, die machen nichts anderes den ganzen Tag, das ist natürlich der Wahnsinn vom Know-How. Das bauen wir im Endeffekt ein. Die Box muss man dazu kaufen oder leasen, also die wird immer mitgeliefert, dann kann man die einmalig kaufen für 400 Euro, das heißt 379,95 plus 400, dann hat man auf Lebenszeit im Prinzip das gesamte Produkt. Oder, wie es fast alle machen, ist tatsächlich, die entscheiden sich fürs Leasing, das sind 12 Euro im Monat, und dann hast du einfach eine unbegrenzte Garantie auf die Box, weil die einem ja nie gehört im Endeffekt, man mietet sie bloß von der Firma In-N-Motion. In der App kann man alles steuern, man kann es monatlich kündigen, wenn man gerade eine Pause macht oder so, ist ja eine super praktische Sache. Und wie schaut diese Box aus? Die sehen wir hinten, oder? Oder sehen wir sie da auch? Da müssen wir nicht unter. Hier können wir es mal drehen und alles unterwerfen. Also so schaut das Ding aus im Endeffekt, also macht man im Prinzip einfach nur, also gibt es einen Hauptschalter, wenn man es halt länger pausiert, dann würde man es einfach über den Hauptschalter ausmachen, aber ansonsten, morgens früh geht es los, man macht einen Doppelklick drauf, die Box geht an, man fährt den ganzen Tag, wenn man Pause macht und die Jacke hinlegt, dann merkt ihr das automatisch, dass ihr jetzt Pause macht, geht in Standby, verbraucht fast keinen Strom. Wenn man sie aufhebt, wird sie automatisch wach und weiter geht es. Und das Gerät muss man einfach ganz normal laden mit dem Handyladegerät und gut ist. Aber das, was wir jetzt gesehen haben, quasi die freiwillige Selbstsprengung, das geht nur mit einer speziellen App für Händler zu Demonstrationszwecken, das kann nicht jeder machen. Ganz genau. Also das wäre natürlich auch Wahnsinn, wenn das jeder mal eben machen könnte. Aber das ist eine völlig separate Box und das läuft dann über eine völlig separate App, das ist eine ganz abgetrennte Geschichte, das ist einfach nur zu Demonstrationszwecken. Was auch sehr recht spannend ist, was passierte nach der Auslösung, das ist eine Besonderheit tatsächlich bei dem System, man kann es einfach selber, die Kapsel tauschen, super schnell gemacht, paar Minuten Arbeit, also locker unter fünf Minuten, alte Kapsel raus, neue Kapsel rein, das ganze System checkt, ob alles passt und dann kannst du wieder weitergehen. Also gerade auf der Rennstrecke oder wenn man im Urlaub ist, nimmt man sich einfach eine Ersatzkartusche mit und man kann es selber in den Stand setzen, man muss es nicht einschicken oder sonst was. Aber wie bringe eigentlich die Luft wieder aus? Einfach die Kapsel rausdrehen. Das ist im Prinzip ein elektronischer Stecker drauf auf der Kapsel, den muss man abnehmen, Kapsel rausdrehen, die ganze Luft geht weg. Das heißt, wenn ich jetzt ein echter Sturzfahrer bin, der halt am Tag dreimal stürzt, nehme ich mal drei Kapseln mit und alles ist in Ordnung. Ganz genau. Danach sollte es aber nach dem dritten Mal, würde man aber tatsächlich empfehlen, das wieder einzuschicken. Dann checken wir einfach wirklich, ob alle Nähte noch passen, ob der ganze Schlauch passt, Dichtigkeit und würden dann für einen kleinen Service im Prinzip den ganzen Schlauch austauschen. Marcel, apropos einschicken. Ich habe irgendwas gehört von einem ADAC-Gutschein oder was weiß ich, ganz genau weiß ich es nicht, du weißt es sicher besser als ich. Und zweitens, wenn das irgendwie schmutzig ist, das kann ich nicht waschen wegen der Elektronik, das muss ich dann einschicken? Da brauche ich bitte klare Informationen, ich kenne mich nicht aus. Ja klar. Also, das ist wegen der ganzen Elektronik. Man sollte es natürlich nicht in die Waschmaschine reinwerfen, das ist klar. Also, man kann es ein bisschen mit einem feuchten Schwamm, mit einem feuchten Lappen ein bisschen vorne, gerade im Innenbereich, so am Körper, kann man es ja ein bisschen pflegen, für sich selber, aber natürlich immer schauen, dass da nicht großartig Feuchtigkeit an die Elektronik kommt. Da ist einfach der Hausverstand gefragt. Wenn man eine vernünftige Grundreinigung machen möchte, dann bieten wir das eben auch an, wo wir wirklich alles dann rausbauen und das wirklich gescheit waschen, das kann man ja ab und an mal machen, kostet nicht die Welt, so um die 35 Euro plus Versand und dann machen wir das eben auch. Aber das muss zu euch eingeschickt werden? Genau, das muss ja eingeschickt werden, weil wir den gesamten Airbag-Schlauch dann im Endeffekt rausnehmen. Ja. Dann schauen wir es natürlich auch noch mal jedes Mal an. Also, das ist nicht nur Wasch-Service, sondern wir schauen auch, ob irgendwas, wenn da uns was verdächtigt vorkommt oder der Schlauch irgendwie schon irgendwo gelitten hat, dann sagen wir natürlich auch Bescheid und haben das Ganze natürlich da. Die ADAC-Geschichte ist ein ganz spannendes Thema, weil der ADAC, der unterstützt halt auch die Geschichte, weil Airbags bringen ja wirklich richtig eine ganze Menge und der möchte das natürlich mit unterstützen und deswegen gibt es auch dieses Leasing von der Firma Inemotion, diese 12 Euro im Monat, da kann man sich auf der ADAC-Homepage im Endeffekt einen Gutscheincode holen, wo man dann das erste halbe Jahr vom ADAC quasi geschenkt bekommt mit dem Gutscheincode. Einfach in der App eingeben und dann kriegt man ein halbes Jahr. Marcel, ich meine, Abteilung Airbag war jetzt wirklich ein Wahnsinn und du hast aber gesagt, das passt natürlich mehr oder weniger in jedes Gewand, solange es nicht ganz wahnsinnig eng geschnitten ist und das heißt, ihr habt ja noch eine neue Jacke, die Sonic 2, das passt natürlich auch drunter. Können wir es dir noch anschauen? Die schauen wir uns an, ja. Hier haben wir das gute Stück. Also die Sonic 2 ist halt wirklich für den Hochsommer, also wir haben jetzt hier richtig großes Mesh-Material überall, das Schwarze hier auch an den Ärmeln. Wenn es 30 Grad hat, irgendwo in Italien unterwegs oder auch hier bei uns, das ist natürlich der Wahnsinn. Also das ist richtig schön in einem schicken Grün. Es schaut auch richtig hinter was aus. Gibt es natürlich auch ein paar verschiedene Farben. Also 189,95 kostet die. Wow, das ist aber extrem wenig. Aber es ist nicht wasserdicht, oder? Nein, nein, nein. Die ist wirklich nur auf Luftdicht. Klar, man kann es kombinieren über das Clip-in-System, wo auch die Airbag-Geschichte eingebaut werden kann. Da könnte man zum Beispiel auch was Regen, dass sie dich das mit einbauen, wenn man möchte. Oder Windblocker. Marcel, apropos Windblocker, ich meine Hochsommer, ich bin ja einer, der schwitzt wahnsinnig im Hochsommer. Er leidet im Hochsommer, sagen wir so. Deswegen ist das für mich ganz wichtig, dass ich einen mörderischen Durchzug habe. Jetzt habe ich gesehen, ihr habt es dort in dem Schauraum, habt es so einen echten Organventilator, weil es ja sehr, sehr viele Jacken bei euch gibt, die so eine relativ gute Belüftung haben. Und das kann man dann dort austesten. Ist ja mörderisch. Jawohl, das ist super praktisch. Da kannst du gleich merken, entweder ob die Membrane den Wind gut abhält oder ob die Belüftung super funktioniert. Das ist total praktisch. Oder ob die Haare schön wehen. Oder so. Jawohl. Ja, ich glaube, das ist meine Abteilung. Herrlich. Marcel, ich meine, ist eh klar, man sieht es ja sogar. Das ist natürlich diese salupe Abteilung. Ich bin immer wahnsinnig gern salupp unterwegs mit Motorrädern, denn ich stürze ja nie. Es ist so, ich stürze nie. Aber diese Abteilung, die wir da jetzt haben, die heißt, glaube ich, Urban. Und da ist es auch relativ, wie soll ich sagen, naja, relativ zugängliche, fast Freizeitwäsche, die aber natürlich auch ordentliche Protektoren drinnen hat. oder? Das ist eh klar. Also natürlich reden wir hier immer von Motorradbekleidung und unser Job ist natürlich auch Schutzbekleidung herzustellen, die auch würdig ist. Aber du hast mir da einiges voraus mit dem nicht stürzen, weil irgendwie bin ich da so ein bisschen lernresistent. Da hat irgendwie das Talent ab und zu einen Kultenschlaf, ja. Haut es die oft auf, oder was? Ab und zu mal. Wie oft im Jahr stürzt? So ein, zwei Mal. Ja, jetzt nicht ganz so schlimm. Du glaubst, ein, zweimal die Woche. Nein, nein, nein. Da sollte ich es vielleicht überdenken. Auf der Straße oder auf der Rennstrecke? Ah, eh auf der Rennstrecke, ja. Auf der Straße, mal ab und zu, im Gelände natürlich. Na gut, das zähle ich mir nicht mit. Also im Gelände, das zähle ich nicht mit. Du, Marcel, aber ich meine, wie gesagt, ich stürze nie. Ich bin aber trotzdem froh, wenn ich weiß, dass es eine gewisse Sicherheit gibt, obwohl es irrsinnig locker und leibend ausschaut. Und das ist sowas, was ich da anhabe. Genau sowas, ja. Das ist jetzt ein neues Produkt von uns, die Woodland. Die wird jetzt auch demnächst im Handel einfach zu kaufen sein. Das Besondere an der, die du jetzt hier anhastst, ist eben, das ist ein Stretch-Amelit-Dänem-Material. Das bedeutet eben, wir hatten es ja vorhin schon, du hast es extrem flexibel, trägt sich gut, gell, aber du hast halt wirklich, wirklich, wirklich trotzdem eine gute Sicherheit. Ähnlich ist es natürlich auch bei den anderen Geschichten hier. Sowas ist natürlich recht ähnlich, sowas Gewachstes. Der Sinn und Zweck ist natürlich, wie du es siehst, von außen soll das nicht gleich in der Motorrad aussehen. Man kann es auch super im Büro tragen, einfach mal im Alltag. Geht auch gut, genau wie bei den Lederjacken halt auch, gell. Und hier hätten wir zum Beispiel nochmal einen Schwarz. Also das ist genau dasselbe, einen Schwarz. Aber das ist wirklich super und jetzt weiß ich auch, warum es so gut passt, weil es ein bisschen einen leichten Stretch-Anteil hat. Aber es gibt dahinter noch welche, weil ich mag ja, und ich habe jetzt auch sofort überrissen, warum das Woodland heißt, weil es ein bisschen diese Holzhacker-Optik hat. Und das da, das ist aber ein bisschen was Massiveres, auch in dieser Holzhacker-Optik. Aber das ist irgendwie dicker, oder? Genau, das ist nämlich zweilagig konstruiert, so wie man es auch viel von den günstigeren Protektoren-Jeans zum Beispiel kennt, eben hier auch. Das heißt, man hat eben ein abriebfestes Gewebe unterhalb von dem Obermaterial. Zweilagig ist ein bisschen mehr Material dann im Endeffekt oder halt auch ein bisschen wärmer durch diese doppelten Schichten. Das kannst du dir bei diesem Material sparen, weil das wirklich nur eine einzige Lage ist, die gleichzeitig auch die Schutzanforderungen eben erfüllt. Dafür haben wir hier zwei. Ist halt bedeutend günstiger. Das heißt, hier sind wir bei so einem Lumberjack 2. Ist man bei 189,95 Euro. Und hier sind wir bei 3,49,95 Euro. Also da haben wir da schon eine gewisse Spreizung, einfach weil das Material viel teurer ist. Ich verstehe. Aber das muss jetzt ganz ehrlich sagen, das beruhigt mich jetzt ein bisschen, weil ich mir gedacht habe, das, was ich dort anhabe, jetzt ganz ehrlich, das ist ja eigentlich irgendwie edler, finde ich persönlich, weil es eben so dünn ist und so irrsinnig angenehm zu tragen. Und ich habe mir aber gedacht, dass das wahrscheinlich dann die bessere Schutzwirkung hat, das was ein bisschen mehr auftragt. Aber nein, es ist nicht so. Das ist halt irgendwie das hochwertigere, irgendwie mehr sophistikativere Material. Und deswegen ist es ein bisschen teurer. Aber ich meine, ich habe eine echte Schutzwirkung. Und ich habe jetzt tatsächlich auch so Protektoren drin. Was sind denn, ich kenne mir jetzt schon ein bisschen aus, ist das Level 1, Level 2 oder? Das sind jetzt Level 1 Protektoren, die da drinne sind, weil einfach die Level 2 Protektoren ein bisschen stärker auftragen würden. Das will man ja normalerweise nicht bei solchen Sachen. Deswegen ist da von der Protektorendichte alles ein bisschen flexibler, ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen dünnwandiger. Aber trotzdem vernünftige Level 1 Protektoren. Und ihr habt sie da vorne, habt ihr sogar so eine kleine Testmaschine für so Protektoren. Kann man sich das auch noch anschauen? Na klar. Marcel, das wäre herrlich. Oder habe ich die da jetzt in der Urban-Abteilung unterbrochen? Aber machen wir das mal. Gehen wir da rüber dann. Marcel, und das ist jetzt diese ganz weltberühmte Protektorentestmaschine, was man jetzt wahrscheinlich gleich den Handrücken zusammenhaut. Weil ich mache es natürlich ohne Protektor. Also da musst du natürlich gleich sofort einen Zanker rufen. Da kannst du einfach den Unterschied mal spüren. Da ein Kacke fliegt drauf. Das soll natürlich nicht wehen. Angenehm ist es nicht. Also hier haben wir jetzt Level 1 Protektor, den du genau so auch hier in dieser Woodland drin hast, in dem Hemd, was du gerade anhast. Und da kannst du ja mal gleich den Unterschied spüren. Na gut, so ist das wirklich super. Aber ohne war es eigentlich erstaunlich für das, wie klein diese Kugel ist. Aber das hat man jetzt natürlich deutlich gemerkt, das ist eigentlich jetzt ist nicht eine Rede wert und vorher. Und das da jetzt, ich meine, das ist dann der Level 2, oder was? Ganz genau. Level 2, da wirst du nochmal merken, dass es auch mal einen deutlichen Unterschied nochmal gibt. Ja. Ja, ja, ist wahr. Ja, du. Aber ich habe jetzt das Gefühl, ich habe jetzt ganz ehrlich, dass zwischen Level 1 und Level 2 weniger Unterschied ist, wie zwischen gar nichts und Level 1. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, also der Unterschied zwischen nichts und Level 1 ist schon beachtlich. Und dann hast du natürlich nochmal das i-Tüpfelchen oben drauf zu Level 2. Marcel, und jetzt bitte ruf die Rettung. Ja, das mit diesen Protektoren war jetzt wirklich super. War echt aufschlussreich. Absolut großartig. Es ist auch nichts passiert. Aber ich meine, ihr habt es natürlich für diese Urban-Abteilung habt es natürlich nicht nur jetzt diese, wie soll ich jetzt sagen, diese Holzfällerhemden, die ganz leimenden, sondern ihr habt es natürlich als schwere Leder. Das leimende. Ja, klar. Also das Leder, das darf natürlich niemals fehlen. Das schaut ja immer super aus. Und Leder hat natürlich auch einen richtig tollen Abriebsschutz. Also auch für die Sicherheit natürlich super interessant. Nebenbei, ganz ehrlich, das Leder, das geht natürlich immer. Also da haben wir auch zwei neue Sachen im Programm. Hier sehen wir die Midway. Ja. Richtig schicke Lederjacke, die sich auch echt gut anfasst. Also geschmeidiges Leder. Das ist jetzt nicht so störrisch hart. Das fühlt sich echt gut an. Und vor allem haben wir die auch für Frauen. Das heißt, wir haben jetzt zwei verschiedene Designs, die wir auch für Frauen haben. Einen hier, das mit ein bisschen Sternchen drauf, eher dunkel gehalten. Ja. Und hier mal ein bisschen peppiger, ein bisschen Farbe mit dabei. Also das schaut schon richtig cool aus. Und dasselbe haben wir aber auch für Herren. und schwarz. Aber die schaut wirklich super aus. Von der Farbe her finde ich die ganz großartig. Das mit den Sternchen ist ein bisschen so Amerika. Da habe ich aber auch immer sofort einen guten Bezug dazu. Aber das finde ich, das ist fast so ein bisschen als eine Retrofarbgebung. Hat sowas, ja. Ja, ja, ja. Da passt natürlich super. Willst du mal eine anziehen? Ja, gerne. Das ist wirklich super. Fühlt sich echt großartig an. Ich hätte wahrscheinlich, würde ich eine Nummer größer brauchen, weil ich, weißt du, es ist nicht weniger geworden mit den Jahren, es ist ein bisschen mehr geworden. Aber ich finde das Leder wirklich toll. Es fühlt sich echt großartig an. Es ist nicht zu dick, aber es ist dafür auch nicht zu sperrig, sondern es macht wirklich einen super Eindruck. Und da passt halt der Spruch wahnsinnig gut. Mit sowas freut man sich aufs Stürzen. Ja, auch hier merkst du, die Protektoren sind auch, die sind wie die Level-1-Protektoren von gerade eben. Also das merkt man ja kaum und sieht man ja auch von außen kaum. Die kannst du auch super so im Alltag tragen. Ich versuche jetzt einmal. Schau. Nein, es geht eh. Es geht eh. Nein, aber es fühlt sich wirklich super an. Du, aber für so eine Lederjacken muss man halt immer relativ viel Geld hinlegen, oder? Ist so. Aber das hat man ja dafür das ganze Leben. Was kostet das? So eine Lederjacke hält natürlich wirklich ewig. Also das Ledermaterial ja sowieso. Die Nähte, wir haben natürlich Sicherheitsnähte, die halten auch ewig und Metallreißverschluss. Also 450 Euro bist du dabei und dann hast du eine Lederjacke, die wirst du wahrscheinlich ewig haben. Ja, das ist wirklich großartig. Und das mit ewig haben, das kann ich sogar tatsächlich behaupten, weil ich habe ja so eine 1000 PS Lederjacke verhält. So eine Retrojacke. Ich glaube, da steht irgendwie oben 70s oder so. Und die habe ich jetzt, glaube ich, wirklich schon sechs oder sieben Jahre. Gestürzt bin ich nie, aber ich habe es wahnsinnig oft angehabt. Und das ist so, die kann man nicht weggeben. Das ist die Summer Ride 2, auch neu bei uns. Gibt es in schwarz, gibt es in braun. Ist halt, wie der Name schon sagt, wenn es ein bisschen was sommerlicher wird, dann braucht man natürlich die ein oder andere Perforierung im Leder, dass einfach die Luft schön durchbläst. Also auch voll Rindleder natürlich. Und hier siehst du auch schon, da ist ja schon ein bisschen im Weg, der Frontbelüftungsreißverschluss. Also du hast eine Perforation am Ärmel, das einfach der Wind ein bisschen reinzieht. Du hast es hier vorne im Brustbereich, hinten an der Seite auch noch. Und genau, oben auch nochmal schick dezent, nicht zu aufdringlich, nicht viel Schnickschnack dran. Also da ist einfach nicht großartig bunt. Und hier vorne, schau, du kannst statt dem normalen Reißverschluss, kannst du auch den hier einfach schließen. Und dann hast du hier auch nochmal komplett auf der ganzen Fläche Perforation, wenn es wirklich im Hochsommer, aber du verlierst die Sicherheit nicht, dass du einen Reißverschluss halt eben trotzdem geschlossen hast. Okay. Das ist aber super, weil wie gesagt, wenn es heiß ist im Sommer, wäre ich immer ein bisschen unrund. Und wenn es mir da richtig schön durchpfeift, ist das natürlich super. Ich meine, fescher ist es natürlich mit einem anderen Reißverschluss, aber das ist ein echt tolles Feature. Ja. Du kriegst auch noch ein bisschen mehr Platz dadurch natürlich in der Jacke und dann bläst natürlich der Wind auch nochmal durch. Das war jetzt ein bisschen gemein. Ja, das ist nur für den Wind. Dann gebe ich dir das wieder. Du, bei diesen beiden Lederjagnen die waren jetzt beide echt super. Aber mir ist vorkommen, die erste, die ich angehabt habe, die war noch ein bisschen weicher wie die zweite. Ist das eine subjektive Täuschung oder ist das möglicherweise, gibt es da, stimmt das eh? Ja, beide haben ein softes Rindleder, aber die Summer Ride, die du gerade eben anhattest zuletzt, die für den Sommer halt eben, die hat in Besonderheit ganz spezielle Gerbung im Leder. Das ist das TFLQ-Leder. Kann man sich so vorstellen wie so ganz kleine Spiegelchen, die im Prinzip mit dem Leder eingegerbt sind, sodass das Sonnenlicht reflektiert wird und sich das Leder einfach weniger aufheizt. Das passt dann wieder ganz gut zum Thema Sommer und Perforation. Du hast einfach weniger Hitze drin. Das war jetzt wirklich super und ich meine, ich bin auch nur für sich ein metaphorischer Meister, wirklich unglaublich. Trotzdem muss man das noch einmal erklären mit den kleinen Spiegelchen und dem Kuhfell oder was? Also das ist keine Beschichtung, die im Prinzip auf dem Leder aufgetragen wird, sondern es ist wirklich schon im Gerbungsprozess wird das gemacht, sodass man es halt auch nicht, also das wirkt sich auch nicht ab oder sowas. Man sollte das nur nicht zuschmieren mit irgendeiner Ledertönung, sonst würde man ja diesen Effekt verschmieren und überfärben, dann würde es ja nicht mehr funktionieren. Also da einfach ganz normal mit dem normalen Lederfett halt eben pflegen und dann wird das Sonnenlicht einfach reflektiert und du hast nicht so diese Oberflächenaufheizung. Und wie heißt das? TFL Cool. Ich danke dir. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ein Wahnsinn. Jawohl. Marcel, das ist natürlich genau meine Abteilung, weil ich fahre immer mit Jeans, fahre immer mit Jeans, und jetzt gibt es ja wirklich sehr abriebsfeste Jeans schon mittlerweile, die trotzdem relativ normal ausschauen. Das haben wir letztes Jahr schon kurz besprochen, aber ich war so fasziniert von diesen Fäden, die es dort gibt und von dieser Abriebsfestigkeit, dass ich das gern nochmal machen würde. Wie schaut das aus mit diesen Motorradl-Jeans und welche Schutzwirkung haben die tatsächlich? Ja, also das ist der Wahnsinn. Dieses Amalit-Material, was wir da verwenden, ist ein voller Amalit-Material. Im Prinzip haben wir einen Amalit-Faden umwickelt mit Baumwolle, damit das halt eben die Jeans-Optik hat und auch die Haptik, aber von der Sicherheit ist das wirklich der Wahnsinn. Und einlagig. Bei zum Beispiel dem Modell Marlo. Hier haben wir es mal umgestülpt, dass man sieht, wie das Wasser aufgebaut ist. Da kann ich ja mal versuchen, daran zu ziehen. Das ist irre, wie reißfest das ist. Das gibt es ja nicht. Da reißt du eher die Finger ab. Jetzt hat mir was weh dann. Ich glaube, ich habe mir die Rippen gebrötet. Das gibt es doch nicht. Das ist ein Wahnsinn. Das hätte ich nie geglaubt, weil es ist ja schon so. Keine Chance. Wahnsinn. Das ist irre. Und nicht nur die Reißfestigkeit, das ist ja ein Teil, sondern auch die Abriebfestigkeit ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Also da hat man wirklich, wirklich was Ernsthaftes von der Schutzwirkung. Das ist halt eine ganz entspannte Jeans-Optik. Da muss man eigentlich keine großartigen Kompromisse eingehen mittlerweile. Und da gibt es ja verschiedene Stufen, oder? Genau. Also es gibt ja die Zertifizierung im Prinzip der Schutzklassen bei Motorradbekleidung. Und das Modell Marlo hat Dreifach-A. Das ist die höchste Schutzklasse, die es gibt. Da sieht man halt, da bewegen sich halt Ledereinteiler für die Rennstrecke normalerweise. Wahnsinn. Das ist irre. Das ist wirklich irre. Naja, gut. Und, und, äh, wenn das jetzt so eine unfassbar gute Schutzwirkung hat, dann wird es natürlich nicht umsonst sein. Was kostet man so ein Jeans mit Triple A? Die ist bei ungefähr 450 Euro. Okay. Für die Jeans. Aber hat mal wirklich was Ernsthaftes, gell. Und das hält natürlich eine ganze Weile. Gibt natürlich auch abgestuft runterwärts, gell. Ein bisschen andere Konstruktionen, zweilageig, ähnlich wie wir es beim Hemd zum Beispiel hatten. Also das ist relativ vergleichbar. Und da spart man sich natürlich eine ganze Menge. Dann steigt man schon unter 200 Euro ein. Okay. Super. Du, und ich habe irgendwas gehört da draußen, da passiert jetzt irgendwas, oder was? Ich glaube, da läuft schon der Motor, ja. Da werden wir wahrscheinlich einfach mal jemanden hinterherziehen, oder? Mit der Rad schien, oder was? Machen wir, oder? Na, das schauen wir uns an. Das ist ein Wahnsinn. Bist du Deppert? Ja, bist du Deppert? Ja, bist Deppert? Manu, du hast es überstanden. Der Held vom Held. Wirklich ein Traum. Du, Manu, du kannst dich ganz kurz umdrehen. Da oben, das ist nicht durchgescheuert. Das kann man wahrscheinlich wieder mit einer ordentlichen Lederfette wieder herrichten. Die Hosen ist eigentlich ein Wahnsinn. Hat gar nichts. Wirklich super. Und Manu, jetzt, ich meine, das ist natürlich das Wichtigste für so einen Testfahrer wie ich bin. Wie hat sich das angefühlt? Ja, als hätte ich schon immer Stuntman gemacht. Karrierewechsel angedacht. Du, und hast Angst gehabt, oder hast du volles Vertrauen gehabt in die Produkte von Held? Sagen wir, es hätte auch schief gehen können, aber dem Materialvertrauen, da kann nichts schief gehen. Super. Manu, alles Gute, war echt traumhaft. Ciao. Jawohl, jetzt ist der Chef da. Markus! Danke, hab ich dich. Schön, dass du da bist. Markus, große Freunde. Alle Jahre wieder, schaut fast so aus. Wirklich großartig. Ich meine, ich lese es ja mal noch mehr geflasht, weil ich es zum ersten Mal gesehen habe. Ja, genau, war Wahnsinn. Aber es sind auch heuer wieder wirklich tolle Produkte dabei. Wir haben auch erwartungsgemäß wirklich tolle Beiträge gehabt, mörderisch. Was ich mir auch beim Außerfahren überlegt habe, das interessiert mich nämlich wirklich, weil ich dort eigentlich keine Vorstellung habe. Ich weiß es jetzt, wenn man so Motorräder entwickelt, da hat man so einen Entwicklungszeitraum vor drei, vier Jahren mindestens. Und dann muss man halt mehr oder weniger abschätzen können, was die Zukunft dort bringt, damit man in drei, vier Jahren dann voll dabei ist. Und bei diesem Gwand ist es ja einerseits so, beim Motorradl-Gwand, dass das sicher die technologische Entwicklung eine Rolle spielt, was es da für neue Materialien gibt, was es für neue Produkte gibt, im Sinne dieser Sicherheitserhöhung. Und andererseits ist natürlich auch diese Optik, also diese modischen Einflüsse sind extrem wichtig. Und da würde mich echt interessieren, erstens, wie lange man da im Voraus planen kann, weil das muss ja auch alles irgendwie ausgedacht werden und dann umgesetzt und was weiß ich. Und das Zweite, was mich interessieren wird, nachdem das ja immer auch wirklich super ausschauen muss, muss es ja auch Leute geben im Unternehmen, die jetzt nicht nur von den Materialien sehr, sehr viel Ahnung haben, sondern auch ein echtes Gefühl für die Ästhetik. Wer das dann letztendlich diese Sachen aussucht? Ja, gute Frage. Klar, die Entwicklungszeit, die du da ansprichst, die ist natürlich schon jetzt nicht ganz so lang wie bei einem Motorradl. Also wir haben da so eine Zeit, je nachdem welches Produkt, wie kompliziert ist das Produkt, redet man jetzt von einer Gore-Tex-Jacke, aus Pro-Shell-Material oder einer relativ einfacheren Jacke, sind natürlich schon Unterschiede. Aber ich würde es mal so auf eineinhalb bis zwei Jahre taxieren. Die Zeitspanne von der Grundidee bis zur Auslieferung, das ist dann schon so zwei Jahre, würde ich ja schon mal so grundsätzlich ansetzen, damit man halt wirklich auf der sicheren Seite ist. Es kann auch mal schneller gehen. Wir haben auch schon mal Sachen innerhalb von neuen Morden durchgeboxt, aber dann muss man halt auf einem bestehenden Produkt aufsetzen, dann geht es auch mal schneller. Aber wenn man jetzt wirklich eine komplett neue Idee hat, dann muss man schon so mit zwei, vielleicht sogar mal zweieinhalb Jahre rechnen. Und wie ist da der Entscheidungsfindungsprozess? Das gehört eh noch zur zweiten Frage dazu. Da muss es ja Leute geben, die das ästhetisch, die quasi dieses Modeempfinden haben. Ob es da irgendwelche Scouts aus Mailand eingeflogen oder so? Ja gut, aus Mailand sind die Scouts jetzt nicht alle. Wir hochen natürlich zu, was der Markt will. Wir hochen uns den Kunden zu. Wir nehmen natürlich auf, was die Industrie auch für Motorräder macht. Da muss man sich auch mal farblich ein bisschen ausschauen, jetzt welche Farben sind da im Trend beziehungsweise welche Motorräder werden jetzt gerade eben stark nachgefragt. Und dementsprechend reagieren wir natürlich wir vom Zubehörmarkt auch und bauen halt dann passende Produkte dafür, für den Trend, der einfach gerade eben da ist beziehungsweise dann eben auch passend zu den Motorrädern. Es ist so bei so Produkten, die ja doch relativ aufwendig sind. Also dieses Quant ist ja doch auch relativ aufwendig. Das muss einmal die Idee sein, dann muss das umgesetzt werden, dann muss das gemacht werden in unfassbar vielen Größen und dann noch vielleicht in unfassbar vielen Farben. Und dann muss sich das verkauft werden. Und da kann man sich, glaube ich, kein Rohrgrepierer jetzt leisten, formuliere ich jetzt einmal so, das wäre sicher dramatisch. Und wie kann man das vorher abklären? Ja gut, wir machen es ja auch nicht zum ersten Mal. Also ein bisschen wissen wir natürlich schon, auch was der Markt braucht. Man hat ja dann schon auch Erfahrung. Ja, man macht natürlich auch gewisse Marktstudien. Wenn man eine komplette neue Idee hat, kann sowas überhaupt funktionieren? Oder ist es jetzt, wie du sagst, ein Rohrgrepierer? Ja, das wollen wir uns natürlich nicht leisten. Die Zeit hat sich ja auch noch mal extrem verlängert durch die Zertifizierungen in den letzten Jahren. Da ist natürlich auch noch mal zu der ganzen Ideenphase, Entwicklungsphase, Produktionsphase, die ich gerade eben schon angesprochen habe, ist natürlich auch noch mal die Zertifizierungsphase dazukommen. Also darum haben wir natürlich eine deutliche Verlängerung noch mal von dem ganzen Prozess. Aber ja, ein Rohrgrepierer sollte man sich nicht leisten. Da muss man schon genau aufpassen, was man da entwickelt. Obwohl es natürlich auch sagen muss, das ist schon viel auf Erfahrung auch passieren. Also wenn ich sage, so salopp, wir wissen schon, was wir auch tun, dann haben wir schon eine relativ hohe Trefferquote auch von Produkten, oder andersrum, wir haben eine relativ kleine Trefferquote von Produkten, die nicht funktioniert. Aber Markus, es ist jetzt so, wie gesagt, ich stehe da drinnen, ich stehe jetzt zum zweiten Mal da drinnen, ich bin wirklich beeindruckt, mir taugt das irrsinnig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir taugt die Gegend, wo das ist. Das ist ein Wahnsinn. Jetzt habe ich gerade hinten mitgekriegt, wie heißt der Berg da oben? Güntler? Nee, Gründen heißt der. Der Güntler. Und daneben ist irgendeine so eine komische Spitze. Ja, die Spitze vorne dran, das ist das Burgberger Hörnle. Genau, das ist ja bei uns der Ort. Habe ich schon gehört vom Marcel, das ist der Wächter der Voralben. Nein, der Wächter des Allgäus. Wächter des Allgäus, so nennt man den. Aber das Allgäus ist natürlich auch super schön in der Gegend zum Motorradfahren. Du kommst ja hier rein vom Bodensee, kommt man über den Riedbergpass, dann super schön durch das Allgäu durch, hinten Obeioch, dann Tannemalthalenhaus, Lechtal und so weiter. Also das ist dann schon auch zum Motorradfahren auch immer Strecke wert. Du bist ja eh mit dem Moped heute da, oder ist es kalt heute Morgen? Natürlich, ja. Weißt du, mit den vier Rädern, mit den Fiat. Nein, aber ich glaube auch, das macht auch was aus. In so einer wahnsinnig schönen Gegend, wenn alle Motorräder verrückt sind, nachher entstehen auch lässige Produkte. Ja klar, hier gibt es natürlich schon den einen oder anderen Motorradfahrer hier in der Ecke auch. Unter anderem natürlich auch wir selber, klar. Und auch bei uns von den Mitarbeitern fahren sehr viele Motorräder. Also wir haben das schon im DNA ein bisschen mit drin. Markus, es ist eine ganz große Freude. Ich danke dir sehr. Und wie gesagt, ich bin begeistert. Und 2023 wird es super werden, oder? Ja, auf alle Fälle. Also da sind wir doch auf jeden Fall optimistisch. Und dann sehen wir uns 2024 wieder, oder? Ja, woi. Alles klar. Dankeschön. Servus, bitte. Ciao. Jetzt sind wir bei den Handschuhen. Und ich meine, für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe Held eigentlich über die Handschuhe kennengelernt. Das war das Erste, was ich gehabt habe für Held. Habe ich gehabt so einen Turnhandschuh, glaube ich Quattro Tempi. So ein Winterhandschuh. War wirklich großartig. Und dann habe ich auch gehabt so einen relativ leichten Sommerhandschuh. Der war auch super. Und ich bin dann im Laufe der Zeit draufgekommen, dass Held ein unfassbares Handschuhprogramm hat. Und ihr habt natürlich auch relativ viel Neues für 2023. Marcel, ich meine, das wird jetzt wahrscheinlich ein E-Boss. Aber vielleicht kann man es relativ knapp halten. Was ist denn alles neu? Ja, gehen wir mal auf die neuen Modelle ein. Und ich meine, klar, Handschuhe schreiben wir uns natürlich auf die Fahne da. Wirklich, das will jeden was dabei. Also wirklich, wir waren ja gerade hier beim Urban-Bereich, so ein bisschen für die Straße lässig mit dem Leder oder mit so einem Hemd. Da hat man natürlich eher so Kurzhandschuhe, Lederhandschuhe, so was Lässiges. Schau mal, wie sowas jetzt zum Beispiel, den haben wir jetzt neu im Programm. Was für gute Knöchelschale das ist. Aus D3O-Material. Das trägt nicht so auf, das passt sich sehr, sehr gut an. Und du hast so ein gutes Gefühl in diesem Handschuh. Und halt einen vernünftigen Vorlederhandschuh. Känguru-Unterhand, Ziegenleder auf der Außenseite. Das ist arg. Das ist, habe ich jetzt gerade gehört, das ist an und für sich weich, dieses Material. Und wenn der Schlag drauf kommt, verdichtet sie sich. Das ist zum richtig auf den Tisch schauen. Jawohl. Du, und was haben wir da für den Sehntfurt, der wirklich ein mörderischer Handschuh ist, zum auf den Tisch schauen? Was haben wir da für einen Preis? 300 Euro? 99,95. 99? Genau. Die 100er-Marke, die magische. Ja, ja. Ja, aber gibt es auch nicht nur den. Wir haben zum Beispiel auch neu hier den TourMate. Schau, Volllederhandschuh. Ein bisschen längere Stulpe, wie du schon siehst. Das ist halt einfach der klassische Volllederhandschuh. Da hat man keine Membrane drin oder sonst irgendwas. Einfach ein wirklich vernünftiger, robuster Handschuh, der ebenfalls für knapp unter 100 Euro zu haben sein wird. Auch hier siehst du, hast du ja eben so eine Knöchelschale, die geschmeidig ist. Ebenfalls von D3O. Sodass es sich ja richtig gut verhält. Ja, macht einen tollen Eindruck. Wirklich einen tollen Eindruck. Na schau, ich bin zu klein. Ich bin zu klein. Das hat er wirklich absichtlich gemacht. Das hat er wirklich absichtlich gemacht. Ich komme da einfach so hin. Ein absoluter Klassiker hier, der Sambia. Das ist einer unserer meistverkauften Handschuhe überhaupt. Das ist natürlich super auf einen Enduro oder einfach ein bisschen für den Sommer, weil der bläst natürlich durch ohne Ende. Wir haben jetzt zwei neue Farben hier. Einfach auch passend natürlich zu unseren Jacken. Das heißt, wir haben ein richtig schickes Grün und auch das Braun. Das macht einfach richtig was her. Im Sommer ist natürlich ein absolut toller Handschuh. Trägt sich richtig gut. Was habe ich da unten drinnen? Auch Ziegenleder oder was? Oder Känguru? Das ist auch Känguruleder. Känguru. Das ist ja Wahnsinn. Das ist fast inflationär. Känguru, Ziegenleder, das Feinste vom Feinsten, ganz normal. Ja, das Ziegenleder oben ist natürlich sehr geschmeidig. Fühlt sich einfach gut an. Da lässt sich einfach sehr gut einen Handschuh draus bauen. Und die Unterhand mit Känguru ist einfach Wahnsinn, weil das Känguru ist einfach sehr dünn von der Unterhand und hat trotzdem einen guten Abriebsschutz. Sodass sich das Fahnen, also das Bedienen von allen Elementen einfach viel schöner anfühlt, als wenn man jetzt eine richtig dicke Schicht dazwischen hätte. Marcel, möglicherweise ist jetzt die Frage, du bist nicht vorbereitet auf diese Frage, aber das mir jetzt gerade eingefallen hat, die ist ganz wichtig. Dieses Känguruleder, ich höre das oft, dass das irrsinnig gut ist, auch für so Leder-Einteiler und was weiß ich, weil das halt relativ dünn ist und relativ abriebfähig ist, wie du jetzt richtig sagst. Warum ist das so? Weil Kängurus dauernd stürzen? Nicht ganz, nee. Also die Schwächung von Leder kommt im Endeffekt durch Schweißporen, also Löcher im Leder selber. Das ist zum Beispiel beim Rinderfall, beim Rind wird das kompensiert durch die sätige Stärke. Das ist trotzdem sehr, sehr gut. Ein Känguru ist relativ besonders, das Känguru schwitzt nämlich nicht über seinen normalen Körper, sondern halt im Prinzip nur über den Schwanz. Da hat es Schweißporen, da ist es auch deutlich rissiger, das Känguruleder. Aber über den restlichen Körper hat es keine Schweißporen. Das heißt, man hat keine Schwachstellen. Und deswegen kann man das Leder halt deutlich dünner spalten und das ist einfach Stichwort Leistungsgewicht. Marcel, ich glaube, ich werde jetzt aufs Glatteres führen. Du bist da, das ist eine super Erklärung. Da habe ich schon wieder was gelernt. Das ist großartig. Na, dann gehen wir weiter. Ein Wahnsinn. Ich glaube, es ist der Parkin, aber nein. Ja, hier geht mir natürlich das Herz aus. Jetzt sind wir hier im Rennsport. Unser absoluter High-End-Handschuh überhaupt, das ist einfach nur zeigen, was geht. Im Endeffekt der Titan RR. Da haben wir wirklich Titan, da kommt auch der Name natürlich, sehr viel Titan verbaut. Das ist einfach eine super Geschichte als natürlich Abriebsschutz. Man gleitet aber auch sehr schön, sodass man sich nicht irgendwie einhaken und zu viel Grip bekommt, sondern das einfach schön abgeleitet. Darunter natürlich mehrlagige Protektorenschichten und so weiter. Was wir hier auch ganz besonders haben, dieses Material hier, das ist Rochenleder. Das ist der Bauch vom Rochen im Endeffekt. Und das ist ein wahnsinnig abriebfestes Material. Also wirklich irre, was das aushält. Und gleichzeitig gleitet das auch sehr schön, was wieder auch den Grund hat, wenn man halt einschlägt, dann baut man nicht zu viel Grip auf und würde die Energie ja direkt in den Knochen geben. Wollen wir ja nicht. Sondern man rutscht schön weg und kann schön gleiten. Und das fällt wirklich extrem, extrem viel aus. Auch hier natürlich die Hand vollflächig aus Känguruleder, komplett nahtfrei bis nach hinten gearbeitet, sodass da auch nichts passieren kann. Das ist wirklich toll. Das habe ich letztes Jahr schon gesehen, auch von dem Rochenleder war ich wirklich beeindruckt. Letztes Jahr habe ich es zum ersten Mal gehört. Was ich allerdings jetzt nicht mehr weiß, nachdem das dieser absolute High-End-Handschuh ist. Der wird schon ein bisschen was kosten. Ja, der ist nicht ganz günstig. Der ist bei 479,95. Aber das ist ja wirklich für den absoluten Profibereich. Und der es einfach dann hat im Endeffekt dafür auch. Aber wenn ich jetzt richtig aufpasst habe, haben wir ja vorher schon geredet, dass du doch hin und wieder stürzt, meistens auf der Rennstrecke. Und ich nehme an, du wirst so einen Handschuh haben und mit den Händen ist da nichts passiert. Drei Stürze habe ich auf dem Handschuh tatsächlich drauf. Und dann habe ich ihn auch mal zur Näherei geschickt, zum Nachüberprüfen. Da haben wir noch mal eine Naht nachgenäht. Aber der hält einiges aus, ja. Und das heißt, Finger, Mittelhandknochen, alles okay gewesen bei deinen Stürzen? Ja, den habe ich aber auch schon mal geschafft ranzukriegen. Aber da war es ein High-Sider und da machst du nicht viel. Da kann der Handschuh auch nicht viel dafür. Das war dann einfach, ja. Ja, Wahnsinn. Alles geht dann leider doch nicht, aber sehr vieles kann man damit abdecken, ja. Super. Und das ist jetzt aber, glaube ich, nicht neu, oder? Für 2023, sondern das ist einfach das bestehende Top-Modell. Genau, das ist das bestehende Top-Modell. Muss natürlich immer erwähnt werden. Gehört natürlich dazu. Wir haben natürlich auch Abstufungen davon. Also den Phantom 2, Phantom Pro, Phantom Air, der dann wieder mit Air, also eher für den Sommerbereich ist, perforiertes Leder. Da wird es natürlich schon mal deutlich günstiger für den Einstieg. Aber ganz besonders ist, wir haben nämlich für dieses Jahr, weil natürlich die ganzen Rohstoffpreise alles sehr nach oben gegangen ist, wie man schon merkt, so Handschuhe kosten schon eine Menge Geld. Aber die Leute, die vielleicht frisch einsteigen, die brauchen natürlich auch was Vernünftiges. Und da haben wir geschaut, dass wir die Technologie, die wir so im Titan und im Phantom drin haben, wo wir viel Erfahrung reinstecken und auch von den Rennfahrern viel Feedback bekommen, die mit uns zusammenarbeiten, dass wir darauf was bauen, was deutlich günstiger ist. Und hier haben wir den neuen Akira RR. Das Modell hatte das Ziel unter 200 Euro, also 199,95 Euro, aber soll trotzdem ein wirklich renntauglicher Handschuh sein, der auch wirklich ernsthaft ist. Ein bisschen peppigere Farben, schwarz-weiß und schwarz natürlich auch mit dabei. Und wie du siehst, haben wir hier die Titan-Knöchelschale vom Titan RR 1 zu 1 übernehmen können. Wir haben natürlich hier kein Rochen verbaut, das geht in dieser Preisklasse einfach nicht. Aber super Fabric-Material, was ähnliche Eigenschaften hat, das ist halt ein künstliches Imitat im Endeffekt vom Rochenleder und auch die Verstärkungen. Natürlich hier nicht ganz so großflächig, Titan, aber trotzdem eine wirklich ordentliche Protektorenfläche. Das heißt, wir haben ja trotzdem wirklich einen ernsthaften, renntauglichen Handschuh. Einen guten Kurs. Super. Jawohl. Und da drüben, da ist jetzt schon die Turnabteilung, die Winterabteilung, oder? Haben wir da noch was? Ja, hier haben wir auch neu die Kalksinger. So. Einfach ein Vollleder-Handschuh, also das ist ja super für Supermotto-Fahrer zum Beispiel. Auch gute Sicherheit, hier auch wieder diese Superfabric, was wir gerade eben schon angesprochen haben, für die schöne Reibung im Endeffekt. Aber halt kürzer, ein bisschen für den Sommer ausgelegt, ein bisschen dezenter, nicht ganz so extrem. Fächer-Handschuhe. Na klar. So, hier sind wir jetzt am, sage ich mal, winterlicheren, beziehungsweise auch einfach regendichten Bereich. Das heißt, hier arbeiten wir bei Handschuhen im regendichten Bereich mit Gore-Tex zusammen, sehr, sehr intensiv. Das heißt, alle unsere wasserdichten Handschuhe sind Gore-Tex-Handschuhe. Und da haben wir, ein ganz großes Highlight, gab es vorher so schon, den Air & Dry. Dieses Modell, also wir haben einen wasserdichten Gore-Tex-Handschuh mit zwei Kammern. Genau. Wenn du in die obere Kammer einsteigst, dann bist du im Prinzip im Gore-Tex-Handschuh, komplett wasserdicht. Aber wenn wir richtig schön mal am Pass sind und es ist trocken und man will ordentlich angasen, dann geht man in die untere Kammer rein, die ist dann unten nicht mehr wasserdicht, ist perforiert und man hat auch nichts dazwischen. Also komplett ungefüttert im Endeffekt auf dem Känguruleder, sodass man natürlich ein richtig schönes, sportliches Griffgefühl hat wie bei einem Sporthandschuh. Und das beides zwei in eins. Im Endeffekt man hat immer den Sporthandschuh dabei, wenn es kalt ist und regnet, einfach in die andere Kammer schnell einsteigen. Was spart sich einen Handschuh? Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles System. Das habe ich letztes Jahr kennengelernt. Das finde ich echt großartig. Und das ist natürlich, dass ihr das weiter im Programm habt. Aber sonst, glaube ich, hat das sonst auch jemand? Ich weiß das nicht. Nein, auf diese Art ist das exklusiv. Das haben wir. Das ist wirklich eine großartige Idee. Und wie heißt der? Touring. Air and Dry. So hieß er schon vorher. Und das ist jetzt zwei. Den haben wir ein bisschen optimiert. Das heißt, wir haben ein bisschen nochmal an der Belüftung gefeilt. Wir haben zwischen den Fingerschichteln ein Mesh-Material, was anders geleitet ist. Sodass man auf der unteren belüfteten Seite, wo ja die Membrane dann quasi obendrauf liegt, da wollen wir ja trotzdem einen Luftzug haben. Und deswegen haben wir hier zwischen den Fingerschichteln schöne Luftkanäle, die im Endeffekt das alles dann trotzdem auf die Oberhand aufbringen. Die Unterhard ist sowieso perforiert. Und so haben wir auch für den Sommer wirklich einen tollen Handschuh. Marcel, großartig. Und jetzt kommen wir noch zu den Schuhen. Weil Schuhe sind für Motorradlfahrer wirklich was Wichtiges. Und nachdem es aber ganz unterschiedliche Motorradlfahrer und Anwendungsgebiete gibt, gibt es natürlich ganz unterschiedliche Schuhe. Aber alles ist eins gemeinsam. Schuhe brauchen ein relativ hohes Sicherheitsfeature, sage ich jetzt einmal. Weil beim Stürzen die Füße, na, die müssen schon was aushalten. Das ist klar, ja. Schuhe kriegen natürlich immer wieder was ab. Und wenn das Moppet drauf fällt, mal seitlich wegrutscht, dann musst du auch eine vernünftige Sohle haben, die das Ganze dann abfängt. Und ein Knöchelschutz und so weiter. Das ist natürlich sowieso klar bei Schuhen. Wir machen da ja wirklich Front bis. Also du hast da wirklich den Sneaker fast schon, den man so im Alltag einfach so anziehen kann, der überhaupt nicht nach Moppet-Schuh aussieht. Und dann bis hin zu Rennsport oder auch einfach Gore-Tex-Stiefel. Ein ganz, ganz, ganz besonderes Highlight haben wir hier. Das kommt jetzt ganz neu. Und zwar haben wir hier einen Gore-Tex-Stiefel. Das ist der Ventuma Surround GTX. GTX ist bei uns immer die Bezeichnung für die Gore-Tex-Stiefel. Und schau dir mal hier diese Sohle an. Wir haben hier Luftkanäle unten drunter. Achso, der ist an? Den haben wir angeklebt, damit die uns bei der Messe nicht ständig den Schuh da runterwerfen oder klauen. Aber da sieht man diese Luftkanäle, oder? Genau. Da sieht man sehr schön die Luftkanäle. Also das ist im Prinzip der Aufbau der Sohle. Also wir haben einen wasserdichten Gore-Tex-Stiefel, der winddicht, wasserdicht und atmoxaktiv ist, so wie alle Gore-Tex-Artikel. Aber das Besondere ist, unten drunter haben wir ja normalerweise einfach eine Gummisohle, die wir ja auch brauchen für einen vernünftigen rutschfesten Halt und Verschleiß und die Sicherheit. Nur hier geht die Gore-Tex-Membrane nicht nur bis zum Rand, sondern sie geht auch wie so eine Socke einmal rings um den ganzen Fuß rum, also auch unten drunter. Und unten drunter sind eben Luftkanäle, die einfach ermöglichen, dass der Schweißau sogar über die Sohle abtransportiert werden kann. Am Motorrad natürlich besonders spannend, weil wir haben natürlich den Fahrtwind noch zusätzlich, der das von unten, dieses Ablüften der Membrane unterstützt. Wir kriegen jetzt keinen direkten Wind zum Fuß, aber die Membrane wird halt ständig weggekühlt und man hat natürlich innen drin im Schuh eine warme Temperatur vom Fuß, außen eine kühlere Temperatur und so funktioniert dieser Wasserabtransport extrem gut. So war super, aber das ist ganz neu, oder? Das ist absolut neu, das gibt es so kaum auf dem Markt. Hier haben wir noch so ein Seitenschnittmodell, da sieht man das ganz schön, wie man hier die Kanäle im Endeffekt hat. Hier steht die ganz normale Sohle, die natürlich perforiert ist, klar, das muss natürlich alles nach unten. Dann ist hier die Gurotex-Membrane, ringsherum, so schaut die eine Gurotex-Membrane von innen aus, geht unten drunter und hier wird das schön verteilt und kann weg. Das ist aber großartig, das ist echt großartig. Aber so wie ich das jetzt sehe, nachdem es der Gurotex, das ist eher so der Alltagsstiefel halt, Tourenstiefel. Genau, das ist der ganz normale Allround-Tourenstiefel, also mittelhohe Schaftgröße, sage ich mal, das sind so die meistverkauften Stiefel eigentlich, sind immer so im mittleren Bereich von der Höhe her und der wird für 2,99, 5,95 wird er kommen. Und diese Technologie, das hast du auch super erklärt und ich finde sie großartig, das ist eine großartige Idee. Gibt es das auch für so Leute, es gibt ja auch Leute, die gerne so höhere Stiefel haben, gibt es das dort auch oder gibt es das jetzt mal momentan nur in diesem halbhohen Modell? Momentan gibt es das nur bei diesem Modell. Okay. Wollen wir natürlich schauen, was die Zukunft bringt. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie das Ganze so angenommen wird, weil die Idee ist absolut genial, ich habe es auch schon selber getestet, das funktioniert wirklich grandios. Also gerade wenn man eher so zu Schwitzfüßen neigt, gibt es ja dann doch einige. Das ist ein Gold wert, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Super. Wenn das gut angenommen wird, natürlich machen wir da natürlich auch mehr draus. Super, Marcel. Marcel, das ist großartig. Du, und da hinten, weil wir die Schwitzfüße angesprochen haben, da ist einmal die Sneakersabteilung und bei der Sneakersabteilung, da bin ich natürlich zu Hause, weil ich trage wahnsinnig gern so Motorrad-Sneaker und tue das aber auch. Die Auswahl relativ groß, das heißt, mein Eindruck ist nicht falsch, dass so Motorrad-Sneaker wirklich gerne getragen werden. Ja, das kommt natürlich immer mehr, das ist genauso wie bei so einem Hemd, bei einer Jeans, so natürlich auch passen die Sneaker dazu. Viele wollen das in den Alltag integrieren und dann kann man so super einfach zur Arbeit fahren und lässig ausschauen im Café oder wie auch immer. Die Sneaker hier sind sogar mit Gore-Tex-Membranen ausgestattet, das heißt, du bist sogar wasserdicht an den Füßen. Nicht alle. Der zum Beispiel ist dann wiederum luftig, perforiert, für den Sommer toll. Also da gibt es verschiedene Variationen. Also vom Design her bis hin zur Funktion, alles mit dabei. Also du kannst sogar Tour damit fahren. Das ist echt super. Und dann sehe ich natürlich jetzt auch da, das sind auch eher so klassische Schuhe, die man so quasi jetzt auch im Alltag tragen kann, die aber trotzdem alle relativ, wie soll ich sagen, doch relativ stabil und sicher ausschauen, aber halt jetzt trotzdem nicht diese Motorrad-Optik haben, sondern eher so eine Casual-Optik. Ja, also ganz lässig. Auch diesen Wasserdicht teilweise. Sohn, der zum Beispiel, der schaut im ersten Moment super massiv aus, ist er auch. Also der hält richtig was aus. Vernünftige Sohle, versünftige Sicherheit. Den kannst du aber wirklich bequem im Alltag tragen. Also der ein oder andere Kollege von uns, der trägt den einfach immer. Auch im Büro. Total entspannt. Weil so einfach einen total lässigen Einstieg brauchst du die Schleife eigentlich im Endeffekt gar nicht. Da kommst du mal eben schnell rein und raus. Und wie gesagt, lässt sich super kombinieren. Wie heißt es zum Wirtner, wie heißt es jetzt? Schuhband gesagt? Schnürsenkel. Schnürsenkel. Aber du hast Schleife gesagt, oder? Boah, das... Hat er Schleife gesagt? Kann auch sein. Ich verstände Schleife oder Schleife. Ja, ja, das ist ein Traum. Aber mir ist jetzt fast nicht eingefallen, das Schuhband. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Du, aber jetzt verzetteln wir uns und das geht's jetzt nicht. Aber ich bin da trotzdem dankbar für die Schleife. Das ist großartig. Und ich meine, das da, das hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet von Held. Das ist eher die Ausnahme, oder? Dass einer so einen Baikaststiefel kauft, so einen echten. Ja, also diese richtigen Chopper-Stiefel und sowas, das ist jetzt nicht mehr die massenhafte Stückzahl, muss man natürlich schon sagen. Sieht man auch bei der Motorradzulassung, da sind ja jetzt nicht die meistverkauften Motorräder, aber trotzdem haben wir es und immer wieder haben wir natürlich Kunden, die das ausschätzen. Okay, und das war euch aber offensichtlich wichtig, dass ihr sowas im Programm habt. Ja, klar. Also da wollen wir wirklich die ganze Range bedienen. Einfach, ja, alle Kunden, die mal im Endeffekt, die was wollen, wenn es geht. Und der da, dieser Chopper-Stiefel, das ist jetzt aber nicht irgendwie Gore-Tex, sondern das ist ein ganz normaler, schwerer Lederstiefel. Ganz genau. Ganz normaler, schwerer Lederstiefel. Eine Sache möchte ich auch gerne erwähnen, und zwar, die Gore-Tex-Stiefel, und zwar alle, sind bei uns mit Vibran-Sohlen ausgestattet. Vibran ist eine Firma, die haben sich spezialisiert eben auf Sohlen, und die Gummimischungen sind relativ speziell, und zwar sind die so ausgelegt, dass die zum einen natürlich gute Verschleiß-Eigenschaften haben, einen guten Grip haben, aber auch Öl und Benzin, oder Diesel zum Beispiel an der Tankstelle, dass man darauf auch einen guten Grip hat, also die sind auch Benzin und Öl fest. Das ist natürlich auch wichtig, dass man nicht gleich wegrutscht. Das ist aber wirklich wichtig, weil ich meine, mir ist es selber fast passiert, aber ich habe zwei, drei gesehen, denen es tatsächlich passiert ist. Du steigst auf nach dem Tanken, rutschst weg und liegst dann mit dem Moped an der Tankstelle, was ja wahnsinnig unwürdig ist, wirklich unwürdig, und diese Sohle, die hat auch einen Grip auf so einem Belag. Genau, das ist spezielle Gummimischung, die eben, ja, die kommen aus dem Arbeitssicherheitsbereich, in Fabrikhallen und so weiter, das ist natürlich ein Riesenthema, können wir natürlich super adaptieren für den Moped-Bereich, klar. Also das ist nicht nur bei dem, sondern wirklich bei allen unseren Gore-Tex-Stiefeln. Auch selbst bei den Sneakern. Ja, das ist aber Weltklasse. Du, ich habe das nur gekannt, was du eh, aber eine Zeit lang habe ich so wahnsinnig gern so Caterpillar-Bock gehabt, weil das amerikanische, irgendwie so in der Art Arbeitsschuhe, ganz wahnsinnig. Da ist immer oben gestanden, auf der Sohle, Oil-Resistant, ich mir immer dachte, was ist denn das für eine Blödsinn. Aber jetzt weiß ich, es geht darum, dass da auf Öl nicht wegrutscht. Unter anderem, ja, dass es einfach das Gummimischstand hält. Ja, das ist ja was, was sich natürlich auch nicht auflöst, soll ja auch haltbar sein. Das ist großartig. Und oben, das ist aber dann schon, das ist die Rennabteilung, oder? Ist da irgendwas neu? Ja, also den haben wir schon eine ganze Weile im Programm. Der EBCO 2, klar, das brauchen wir natürlich auch immer für die Rennstrecke, vernünftigen, würdigen Stiefel, mit vernünftigen Slidern, die man auch austauschen kann. Ja, ja, ja. So, dass es halt einfach auch eine Weile hält. Ja, ja, so. Marcel, ich meine, das war jetzt wirklich eine großartige Führung. Wir sind natürlich privilegiert, wir kommen da rein, werden von den erfahrensten Mitarbeitern quasi beraten, Face-to-Face-Beratung, das ist echt großartig. Und wir haben heute auch wirklich leibernde Action gehabt. Ich meine, die Saskia, unglaublich. Und dann auch diese Action mit der Hose, wie sich der Manu hinten nachschleifen hat lassen. Unglaublich. Unglaublicher Einsatz. Wirklich großartig. Und ja, es ist immer Freude bei Held, sage ich ganz ehrlich. Großartig. Und es freut mich, dass du so leibernde Produkte hast. Ich wünsche euch alles Gute. Und möglicherweise sehen wir es dann nächstes Jahr auch wieder. Oder, Marcel? Und was ich dann noch sagen wollte, das ist ganz wichtig, Stürzen ist schon okay, aber nicht zu oft, oder? Nee, es ist halt, aber es ist schwer hinzukriegen. Schneller werden und dann auch noch ohne Sturz, das muss man auch können. Also manche können es, ich schaffe es manchmal, manchmal nicht. Kommt aufs Jahr an. Marcel, ich danke dir sehr. Alles Gute, gell? Ciao, Papa. Ciao, Servus. Jawohl, Freunde. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Es war ein wirklich großartiger Ausflug zu Held im Allgäu. Der Dani und ich, wir haben alles gegeben, haben auch wirklich wahnsinnig viel geboten gekriegt. Ich bitte euch um einen Daumen hoch weil es einfach so leibend war und abonniert den Kanal und bleibt uns gewogen und Held Forever. Ja, war ruhig. Ciao, Papa. Grüß euch. Ciao. Bist du debat? Ja, bist du debat? Ja,